So, herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Was ist das? Egal. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage bzw. Weihnachten gut überstanden. Oder übersteht das noch? Und ich hoffe, ihr habt euch reich beschenken lassen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal hin. An mit Part 34. Wir sind auf dem Weg zu Herzkönigin. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ah, dafür ist es da. Ist mal irgendwie klar, dass es nicht umsonst da steht. Hier ist sonst nichts mehr. Funktioniert alles wie am Schnürchen. Hier ist es. Ja, probieren wir es mal. 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 Ich gehe natürlich wieder auf Zeit, das ist ja klar. Ja. 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 schützt jetzt bin ich wenigstens schon hier oben jetzt hole ich mir erst mal das hier mal springen, das funktioniert immer das war jetzt Glück ich hab das Ding ganz vergessen ich hab das Ding ganz vergessen ich hab das Ding ganz vergessen was steht da? was ist hier? Okay Tadah! Gibt's da oben eigentlich irgendwas für mich? Vermutlich kommt man gar nicht hin. Doch, man kommt hin. Okay. Sehr gut, sehr gut. Okay. Okay. Wow, alter. Gut, dass der Schaf jetzt ja nicht etwas größer worden ist. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020